Die süddeutsche Stadt Wiesbaden, bekannt für ihre Thermalbäder und heißen Quellen, wird nun als Standort für die Koordinierung der NATO-Bemühungen zur Unterstützung des ukrainischen Militärs dienen. Dort hat die NATO ein neues Kommandozentrum eröffnet, um die Planung, Koordination und Regulierung der Sicherheitsunterstützung für die Ukraine zu übernehmen. Das Kommandozentrum, das sich auf einer ehemaligen US-Militärbasis befindet, wird die Ausbildung und Lieferung von militärischer Ausrüstung an die Ukraine koordinieren und von einem Drei-Sterne-General geleitet. Dies ist das zentrale Element des NATO-Programms für Sicherheitsunterstützung und Ausbildung der Ukraine, das bekannt gegeben wurde, als sich die Führer der Allianz in der vergangenen Woche auf dem jährlichen Gipfel in Washington trafen. Die Basis wird etwa 700 Mitarbeiter aus den NATO-Verbündeten und ausgewählten Partnern umfassen. Die NATO erklärt, dass das Kommandozentrum in Deutschland ihre Unterstützung für die Ukraine erhöhen wird, aber die Allianz nicht direkt in den Konflikt verwickelt sein wird. Die Eröffnung des Zentrums wurde auf dem Gipfel in der vergangenen Woche diskutiert, als die Allianz auch erklärte, dass die Ukraine auf einem unumkehrbaren Weg zur Mitgliedschaft in der Organisation sei. Obwohl die Erklärung positiv ist, könnte der NATO-Beitritt der Ukraine nicht unmittelbar bevorstehen. Viele NATO-Führer haben bereits früher erklärt, dass die Ukraine der Allianz nur nach Beendigung des Krieges mit Russland beitreten kann.